Musik Ja, ein herzliches Grüß Gott als Österreicher, es ist schon angesprochen worden, Schutzmacht Südtirols. Freut es mich sehr herzlich, dass ich hier eingeladen worden bin, um ein paar Grußworte sagen zu dürfen. Ich möchte aber auch diese Chance nutzen, ein wenig die Sicht Österreichs zum Referendum kurz darzubringen. Ich bin doch Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses, ein außenpolitischer Sprecher meiner Fraktion und Mitglied des Südtirol-Unterausschusses im österreichischen Parlament. Und wir waren mit unserem Ausschuss im Mai, war das glaube ich, waren wir hier im Südtirol und haben mit dem Landeshauptmann Kompatscher ein Gespräch gehabt über dieses Referendum und wollten eigentlich wissen, wie Südtirol hier dazu steht, was hier alles in den kleingedruckten Teilen drinnen steht und was hier im Geheimen verhandelt wird. Und zu unserem Erstaunen, dass Sven Weißes, der war auch dabei, ist da nicht sehr viel gekommen. Und das hat bei uns schon ein wenig die Vorsicht walten lassen, indem wir uns einmal unsere Gedanken gemacht haben. Und ein zweiter Punkt, der mir zu denken gibt, als Österreicher, als Schutzmacht von Südtirol, ist der Punkt, wenn Südtiroler Landespolitiker bzw. Regierungsmitglieder in Wien aufhältig sind, dann erfahren wir das vom Südtirol-Unterausschuss erst, wenn sie wieder abgereist sind. Und jetzt kann man sich seine Gedanken dazu machen, was hier dahinter steckt, ob das mit dem Referendum zusammenhängt. Ich sage jetzt einmal Ja. Und das ist für uns schon etwas, was uns etwas Sorge bereitet. Ich bin mit Leib und Seele Österreicher und ich bin mit Leib und Seele jemand, der Südtirol als Südtirol siegt, als Teil Österreichs, der nicht freiwillig von unserem Vaterland gegangen ist, sondern als jemand, der von uns genommen worden ist. Und wenn ich das Buch von Eva Klotz, habe ich auf meiner Hochzeitsreise gelesen, genau gelesen habe und darin sehe, wie Südtirol Österreich genommen worden ist und dass hier keine Freiwilligkeit war, wie es bei anderen Bereichen, zum Beispiel in der Steiermark mit Slowenien, stark gefunden hat, wo man die Menschen gefragt hat, wollt ihr zu Slowenien oder wollt ihr zu Österreich? Und deswegen ist auch die Grenze entsprechend zick-zack-mäßig da unten. Südtirol wurde gesamt genommen, ohne Befragung, ob die Südtiroler einverstanden sind und am grünen Tisch entschieden. Das jährt sie jetzt demnächst das 70. Mal. Und ich glaube, wir sollten sehr vorsichtig sein und diesen Appell möchte ich einfach mitgeben an Sie als Südtirolerinnen und Südtiroler, die beim Referendum stimmberechtigt sind, was Sie hier abstimmen und wie Sie abstimmen. Stimmen Sie weise ab. Das ist mein Wunsch, mein Herzenswunsch. Ich glaube, Sie haben das Herz am rechten Fleck. Auch wir haben am 4. Dezember eine Abstimmung, die über Österreich entscheiden wird. Und ich glaube, ich würde dort auch mit gutem Gewissen und mit dem Herz am rechten Fleck entscheiden und abstimmen. Und ein zweiter Punkt vielleicht noch, weil es auch hier von den Grußworten von unserem Bundespräsidentschaftskandidaten Norbert Hofer angesprochen worden ist, diese Zweisprachigkeit, auch das ist mir, Entschuldigung, diese Doppelstaatsbürgerschaft, auch das ist mir ein großes Anliegen. Nachdem ich einen Schwiegersohn habe, der halb Österreicher, halb Italiener ist und beide Staatsbürgerschaften hat und meine Enkeltochter dieselbe Situation hat, ist es für mich nicht verständlich, dass die Südtiroler nicht auch beide Staatsbürgerschaften haben sollten. Und weil, wie ich am Anfang schon angesprochen habe, sie sind nicht freiwillig Italiener geworden, sondern sie wurden dazu bestimmt gegen ihren Willen in vielen Bereichen. Und das möchte ich einfach auch ansprechen. Und deswegen glaube ich, dass sie das Recht haben, auch die österreichische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Und da mache ich mich sehr stark im Parlament dafür, mit verschiedenen Anträgen, die bereits immer wieder vertagt werden. Aber zumindest vertagt ist nicht abgelehnt und gibt noch Hoffnung. Also, ich glaube, dass wir hier zwei wichtige Entscheidungen vor uns haben. Und mein Appell an Sie, entscheiden Sie weise, entscheiden Sie gut. Und ich wünsche Ihnen jetzt für Ihre Landesversammlung alles Gute. Und wie gesagt, wir Österreicher schauen mit einem guten Auge auf Euch. Aber Eure verantwortlichen Landespolitikern, ich sage es jetzt ganz bewusst, die Landesregierung muss dazu Ihren Beitrag leisten, dass die Südtiroler nicht unter die Räder kommen. Und das wünsche ich Ihnen alles Gute für die heutige Versammlung. Euch, die nachher in die Funktionen gewählt werden, jetzt schon alles Gute. Und Eva Klotz, noch einmal herzliche Gratulation für das tolle Buch, das du geschrieben hast. Das ist wirklich, das öffnet einem die Augen. Dankeschön. Applaus 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 Applaus